Moment, Moment, Moment! So war das nicht abgemacht! Bertram! Plus, wie gesagt, ich darf heute Elefanten singen. Ja, ja. Machen wir zurück. Bertram, bist du bereit? Ja, ruf auf! Roberta, bist du bereit? Ja, ich bin... Das ist wie eine Scheunerei! Ich soll hier in der Falle sehen! Elefant? Sie und er? Wer ist er? Er hat gemeint, er hat heute was vor, aber ich wusste wirklich nicht, worum es geht. Aber ich bin ja nicht so, ich hab was vorbereitet. Ich wusste es! Halt mal! Ich hab's geahnt! Also, ihr wisst ja alle, Summen hat das ganze... Marc Seibert? Das ist der Entstehungsprozess. Und natürlich brauchst du auch entsprechende Entstehungsprozess. Dann mach ich ihm das sehr schön die lange Haare weg, die mach ich auch immer weg. Ach, das wüsste ich gar nicht, ne? Ups! So, dann hab ich hier natürlich ein Westchen für dich. Ja, wir sind ja hier beim Musical. Übrigens, so geht das beim Musical, ne? Mir, Bruder. Ja. Ja, ich hab vergessen wo du bist. Zeig dich! Da, da bist du. So, und natürlich hab ich auch die passende Hose dazu. So, und die ist anprobiert, meine Frau hat sie anprobiert, ihr passt sie, wir gehen mal kurz dahinter. Ich mache eine Live-Schalte aus der Blackbox. Okay. Meine Damen und Herren, viel Spaß mit der Radioband. Das sind die Schuhe. Es sind viele Leckerlis mit Absatz. Sie trifft keine Strichose. Das ist die Hose an meinen Kopf. Umdrehen jetzt. Umdrehen jetzt. Das ist der Bertram. Der Bertram spielt bei dir. Das ist doch anweilig. Oieieieiei! Mir geht's doch ab für meine... Ah, guten Tag. Lass uns unser Monitum an. Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke, dass du auch da bist. Ja, sehr. Es ist ziemlich warm mit dir. Wie hältst du das aus? Ja. Schaffst du, ne? Ja, schaffst du. Ach, wie ich sehe, machst du auch unter dir. Na gut. Muss ich, ja. Passt doch. Da sind die Schuhe auch wieder zu achten. Die passen. Die passen. Die passen. Herzlichen Dank. Das machst du selber. Weitermachen. Wie bist du soweit? Hier ist spitze aus. Hier ist der... Mark Steinbart! Oh Gott! So, jetzt noch ein Produkt. Eins für den... Eins für die Rusche hier. Kannst du mir das bitte schicken? Muss ich den Mark schicken? Ja. So, da ich davon ausgehe, dass du den Text nicht kannst, hab ich ihn dir hier eigenherrlich aufgeschrieben. Den tauschen wir jetzt auch noch? Natürlich. Oh Gott! Ich spring doch Elefanten. Und du singst den Filet Medellion. Ach, deswegen hast du mich gefragt. Naja. Auf geht's! Nimm mir den Atmen, wenn du mich triffst. Nun, dann bin ich sicher, dass du bei mir bist. Nicht mal in Träumen fiel es mir ein, bei dir zu liegen, mit dir ein zu sein. Für ein paar Stunden, solange ich dich kann, vergesse ich die Grenze an. Dies spitze für mich gar, wenn mir auch klar ist. Es bleibt es nicht wahr, die Hoffnung ist unaufschlussbar, solange ich dich kann. Ich bin nicht gefangen oder befreit, mir scheint, was vor dir war, unendlich weit. Ich könnte sagen, ich sei verhext, so stark ist die Sensor, die du in mir wärst. Für ein paar Stunden, solange ich dich hab, will ich mich ergeben, wie ich mich nie erlaubt. Und das Nachtmorgen, solange ich dich hab, will ich mich ergeben, wie du in mir wärst. Die Brügel sind so stark, vor uns das Blut liegt. Der kommt schon mal zu. Denn alles, was selbst, das ist für dich. Sogar nicht mehr Ah Was ist? Ich will so Ich fühl mich auf einmal so Wich Ich will so Und ich will so Klamour Ich will so Vielen Dank.